Nummer 2, noch einmal ein 89er Deodor Lenko ist er, jahrelang gestanden im Garten. Wühlkerzen sind mindestens 70.000 Kilometer drinnen, mindestens, und wir haben das eingespült mit unserem Spezialmittel, Interflogen, und es geht auf, es geht wirklich auf, es ist die 2, die bei uns aufgegangen ist. Wir haben es vor 10 Minuten eingespült, ich bin am Worm gefahren, und mit gutem Dank geht das alles auf. So, Nummer 2 ist da, ganz.